Hallo, ich grüße euch. Wir haben heute mal ein bisschen viel zu tun. Wir wollen heute noch ein Ende schlachten, eine ganz abstruse Religion. Wie ihr seht, haben wir schon umdekoriert. Wir haben jetzt den neuen Monat. Und wie ihr seht, war also am 27. keine Entrückung, weil es fehlt keiner. Hier ist auch kein Feiertag, hier weit und breit. Auf der 31. und der 8. sind keine Feiertage im ursprünglichen biblischen Kalender. Das ist ja mal interessant. Nachdem ihr es gesehen habt, kann ich das so wieder runter machen. Da haben wir jetzt hier den aktuellen für November, Dezember. Ich habe mal an der Seite die Grünversen weggelassen. So, wir sind also jetzt hier. Wir haben also dann am Dienstag. Genau. Am Dienstag hätten wir dann den Ruhetag. Und ich würde dann eigentlich am Montag das Video machen. Ich habe aber das heute vorgezogen, weil ich morgen nicht da bin. Ich habe morgen mal auch mal was zu tun. So dass ihr dann am Dienstag wieder ein neues Video habt. Und die Fortsetzung machen wir dann hier in der Woche. Und dann haben wir hier einen Neumond, nach Rückterfeiertag und am Donnerstag vor. So funktioniert das. So, worum geht es? Also, lustige Geschichte seht ihr hier. Und zwar, die Religion nennt sich Flying Spaghetti Monster. Ist eine Sportreligion. Es geht darum, in einem Modell zu zeigen, dass wenn in einem Modell einer Religion ein Fehler gezeigt werden kann, dass es in der Realität an der gleichen Stelle auch zu Problemen kommen müsste. Und dieses Phänomen wird eben hier durch die künstliche Religion des Flying Spaghetti Monsters ausgedrückt. Ich zeige es Ihnen mal hier, wo ich meinen Finger habe. So sieht es aus. Ich halte es mal hin, dass es scharf steht. So, und der Mann, der das dann auf die Spitze getrieben hat, ist der hier, das ist ein Österreicher. Der wollte sein Religionssymbol, und zwar ist es ein Pastasieb, was er sich auf den Kopf gesetzt hat, in seinem Führerscheinladen. Man sieht das hier oben, wenn er das hier auf hat. Und hier, dass der Typ da noch krasser drauf ist. So, was hat es damit auf sich? Also, in dem theologischen Modell soll behauptet werden, dass das Flying Spaghetti Monster der Vater von Jesus sei. Das ist eben der Glaube, den die Religion dort habe. Und wenn da auch noch der geringste Zweifel wäre, dann müsste es ja mit den Mitteln der regulären Religionen leicht möglich sein, das zu widerlegen. Aber das ist gar nicht so einfach, weil genau in dem Moment, wenn man das versucht, fällt man da bis auf den Hintern. Und zwar, weil ja in der Bibel das Flying Spaghetti Monster eben nicht drinnen steht, dass es nicht so ist. Aber man kann eben, indem man zwischen den Zeilen liest, das trotzdem hinkriegen. So, und genau das habe ich gemacht. Das war 2010, wenn ich mich das noch richtig erinnere, war diese Ausschreibung. Und ich hatte mich da auch mit beworben. Ich muss nochmal genau gucken, wann es war. Und da lief das noch. Also es wurden erst 25.000 Euro ausgesetzt. Oder Dollar, 25.000 Dollar. Oder was? Ausgesetzt für den, der das Problem löst. Und das hätte keiner lösen können. Und da hat dann gesagt, wenn das jetzt schon die Firmen können schaffen, dann können wir ja eine Million machen. Und da haben sie das Ding dann auf eine Million erweitert. Und ich habe durch einen Zufall, durch eine Mail von einem Bekannten, bin ich auf eine Webseite gekommen. Und in deren Werbung an der Seite, an die ich schon mal ständig erinnere, da war dieser Link zu dieser Herausforderung. Und der Betreiber dieser Herausforderung war die Webseite Boing Boing. Das ist so ein, ich sage mal, wie so eine frühe Form eines Internet-Blogs. Und der hatte Sponsoren organisiert, die das Geld zur Verfügung stellen sollten. So, und der amerikanische Theologie-Professor, der hat dann den Preis ausgeschrieben für denjenigen, der die Herleitung bringt. Und ich hatte das gelesen, ich habe das vor dem Vormittag bekommen und habe gesagt, also mit Bibelsprüchen und mit guten Ratschlägen und Wünschen und so, kann man dem Problem nicht begegnen. Und man muss es auf die gleiche Weise erschlagen, wie man zum Beispiel mit der vollständigen Induktion Probleme der Unendlichkeit behandelt. Weil dann müsste ja der Mathematiker, der müsste ja in die Unendlichkeit reisen und gucken, ob das doch wirklich auch so ist, um irgendwas zu beweisen. Weil man muss es entweder formal beweisen oder man muss es zeigen, die es ja Möglichkeiten gibt. Und zeigen geht ja, man muss dann in die Zukunft reisen. Das heißt, es muss also ein formales, ein formaler Beweis angesetzt werden, der widerspruchsfrei ist, der wiederholbar ist. Und so eine Sache brauchen wir. So, und da gibt es zum Beispiel in der Mathematik die Möglichkeiten, das Gegenteil zu behaupten und dann zu zeigen, dass das Gegenteil falsch ist. Oder man macht eine Grenzfunktion und kann dann zeigen, dass es nicht darüber hinaus geht. Oder man wendet Quantoren an. Quantoren sind also mathematische Ausdrücke, die genau eins, alle außer eins, alle oder so, also größere Mengen umfassen. Und die muss man aber sauber definieren. Da hängt dann auch die Geschichte des rasselischen Paradoxon mit dahinteres, erkläre ich dann auch noch. Und so ein mächtiges Werkzeug braucht man natürlich auch in der Theologie. So, und damit man sich nicht verhaspelt, habe ich als Modell dafür den sogenannten Herleitungsgrafen entwickelt. Was ist entwickelt? Ich habe aus der Grafentheorie, wo man mathematische Probleme oder Probleme der Informatik behandelt, das in die Theologie rübergeholt. Und habe dann gesagt, wenn es zwei Knoten gibt, sind also zwei Behauptungen oder zwei Sachen, die zu beweisen sind. Und da kann man jetzt sozusagen eine Kante anlegen. Entweder es ist ein gerichteter Graf, da ist also ein Pfeil dran. Dann kann man also die Herleitung von hier nach dort zeigen oder man macht jetzt die Herleitung über einen anderen Weg zurück. Und wenn man das in beide Richtungen zeigen kann und beides wahr ist, kann man die gerichtete Kante durch eine ungerichtete Kante ersetzen. Und sozusagen die beiden Probleme dann als bewiesen oder bereits hergeleitet darstellen. Und man kann dann mein Weg nach der Oberkante von dieser Kante dann eine Beweisrichtung anführen und auf der Unterkante die andere. Sodass man das also relativ schnell und problemlos zeigen kann. Und die heutige Computertechnik erlaubt es dann auch in 3D, das darzustellen, sodass man also mit der Maus da ironieren kann. Das ist also dann eine reine Frage, so einen Browser zu entwickeln für solche Herleitungskarten. Da habe ich das nun bis ins Letzte ausprogrammiert, aber die grundlegende Idee dafür zur Verfügung gestellt. Und die Sache war dann so, zu klären ist das Problem nur mit der Methode der direkten Herleitung. Das heißt, es wird gesagt, dass bis Jesus auf der Erde war, also bis Himmel war, hat er selber für die Korrektheit des Alten und des Neuen Testaments bis zu dem Zeitpunkt eingestanden. Und dann hat er gesagt, wenn ich dann in den Himmel gehe, dann sende ich den Heiligen Geist, der dann dafür Zeugnis ablegt, dass dann die Wahrheit gesprochen wird. Also dieser Heilige Geist ab Pfingsten bis in unsere heutige Zeit der Garant dafür, dass das immer wieder durch geistische Eindrücke oder durch Manifestationen die Wahrheit dann wieder aufgedeckt wird. Das einzige Problem, was sich nicht damit beweisen lässt, ist der Zeitraum zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Aber in der Zeit sollten die Jünger ja die Häuser nicht verlassen und demzufolge passiert auch nichts Weltbewegendes. Jetzt kommen wir zu der Beweisidee. Klar ist, dadurch, dass Jesus im Offenbarung 5,5 als der Einzige benannt ist, der berechtigt war, die sieben Siegel zu öffnen, kann man genauso ein Quantor ansetzen. Also um es zu erklären, durch die Sintflut sind ja im Prinzip Gott Vater und auch die heiligen Engel mitschuldig geworden an einer überzogenen Reaktion eines an sich begründeten Vorgehens, nämlich die Menschen zu vertöken von der Erde, die die Erde zugrunde richten und die die Tiere quälen und nur zum Spaß töten. Also eine ähnliche Situation wie in Sodom und Gomorra oder ähnlich wie wir es heute haben. Also eine totale übersteigerte Dekadenz in der ganzen gesellschaftlichen Welt, wo nur noch Leid und Elend ist, wo kein Funke Hoffnung mehr kühlt, außer vielleicht nur er selbst. Ja, und die ähnliche Situation ist ja vorhergesagt durch Jesus, was in der Endzeit eben wieder genau dieser selbe Zyklus wiederkommt, dass also wieder nur eine kleine Gruppe von Leuten wirklich noch an den alten Werten und Wahrheiten festhält und da auch nicht locker lässt und in der Beständigkeit auch vorangeht. Und für uns zählt nur das, was sauber hergeleitet ist und alles andere werfen wir in den Mülleimer der Geschichte. Das ist die sogenannte Wahrheitsbewegung, die sich dadurch nicht nur im politischen Bereich, sondern auch im christlichen Bereich gezeigt hat. Und der Herausforderung, der Vertreter dieser Wahrheitsbehörde ist WLC, also World Last Chance, die hier regelmäßig auch den Kalender machen und sich eben nicht darum beirren lassen, dass wir heute eben heute einen anderen Kalender haben, den Gregorianischen, sondern die verwenden nach wie vor den alten. Und auf Grundlage des alten Kalenders, wie auch ursprünglich von Gott vorgesehen worden ist, gibt es auch keine Widersprüche im alten und neuen Testament. Das fügt sich alles nahtlos ineinander. Und es wurde dann eine Challenge ausgebracht, die lief jetzt auch wohl fünf Jahre, wonach die Theologen aufgefordert worden sind, dieses zu widerlegen. Und da das bis jetzt keiner geschafft hat, müssen wir davon ausgehen, dass es weiter Bestand hat. Und in der ähnlichen Weise ist es auch mit dem kleinen Spaghetti-Monster. Der Beweisansatz ist jetzt folgender. Wenn also Gott vordere, die heiligen Engel, auch alle voller Schuld sind, weil sie eben an dem Sündenfall, Quatsch, an der Sintflut mit beteiligt waren, dann gibt es ja gar keinen mehr, der da noch richten könnte. Da wird ja die Frage, dort in der Offenbarung 5, 2 folgende gestellt, Wer wäre denn noch eigentlich derjenige, der ohne Schuld wäre, der dann nicht gelogen hat? Und da gibt es nur einen, Jesus. Und genau das ist der Ansatz. Wenn Jesus der Einzige ist und alle anderen lügen, muss auch das fleißige Spaghetti-Monster gelogen werden, dass es behauptet hat, er sei der Vater von Jesus. Und das kann man einem mit Offenbarung 5, 2 beweisen. Ich war der Aschner, der das herausgefunden hat, und hatte das auch eingetragen. Und dann war das dann Nachmittag, hatte ich das dann dort auf der Webseite eingetragen. Da kam auch von dem Professor eine Antwort. Allerdings hat er die Sache nicht widerlegt, sondern hat die ganze Webseite gelöscht und hat verkündet, dass es kein Geld gibt, weil er irgendwie eine Steuerstrafverfahren, das an der Backe hat, das in das Geld, was er eigentlich als Preis ausschütten wollte, nicht mehr vorhanden ist. So, ansonsten hätte ich mir natürlich mit Gitt den Preis geteilt, weil er einen wesentlichen Teil meiner Beweisführung als Vorarbeit geleistet hat. Denn er hat ja dieses Ameise-Quadrat-Prinzip erfunden, sage ich mal. Also bei YouTube gibt er mal ein Ameise-Quadrat. Da wird die Herleitung gezeigt, dass man sagt, also wenn die ganzen Prophetien im Alten Testament Zufall wäre, dann müsste man ja die Wahrscheinlichkeit berechnen können, dass es zufällig entstanden ist. Und wenn das aber nicht zufällig entstanden ist, sondern wirklich auf einer Wahrheit und Begebenheit beruht, dann ist natürlich daran, dass auch Jesus durch eine Prophetie eingesetzt worden ist, wahr. Und wenn er bezeugt, auch selber bezeugt, wie es gewesen ist und den Heiligen Geist eingesetzt hat, dann kann man sozusagen den Beweis schließen darüber, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es zufällig ist, oder dass es möglicherweise falsch ist, über die lange Kette der Wahrscheinlichkeiten belegen. Und zwar so, dass man sagen kann, also wenn der technische Vorgang 10 auf minus 7 unwahrscheinlich ist, dann wird er für die praktischen Belange eigentlich nicht weiterverfolgt. Also die kleinen Träckeffekte, die da noch auftreten, 10 auf minus 13 oder so, sind alles Sachen, wo keine großen Forschungsgelder aufgewendet werden, sondern wo man erstmal einen gewissen Anfangsverdacht beweisen muss. Wenn aber die Wahrscheinlichkeit 2 hoch 3.268 ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit so extrem klein, das ist also kleiner als 10 auf minus 900 und 80, sodass man darüber über die Restwahrscheinlichkeit nicht mehr diskutieren braucht. Das heißt, aufgrund der Vielzahl der erfüllten Prophetien kann man die Wahrheit schlussfolgern. Und zwar mit einer so großen mathematischen Wucht, das ist zwar nicht absolut 1 oder absolut 0, das Gegenteil, sondern das ist so entschieden nahe dran, dass man also kein anderes Ereignis finden könnte, was das noch übertrifft. Und das war die Beweisidee, die daher zugrunde liegt. Und sie beruht darauf, dass man sagt, Zufälle haben eine Wahrscheinlichkeit von 50-50. Man kann sich so überlegen, man nimmt einen Würfel und sagt, wenn man eine gerade Zahl würfelt, ist die Wahrscheinlichkeit 50-50. Also in 50% aller Fälle wählt man eine gerade Zahl, das ist also die 2, die 4 und die 6 und in allen anderen Fällen eine ungerade Zahl, 1, 3 und 5. Wobei der Fall, dass der Würfel runterfällt oder der Kippe steht, mal außen vor lässt. Also physische Würfelvorgänge müssen es sein. Und wenn man das beliebig lange macht, wird man feststellen, dass es sich bei einem ungezinkten Würfel, vor allem bei einem mathematisch definierten Würfel, genau auf 50% sich einpegelt. So, und damit kann man sagen, das ist ein Zufallsprozess. Und wenn das sehr weit nach unten oder sehr weit nach oben abweicht, also sehr viele gerade Zahlen kommen oder sehr viele ungerade Zahlen, würde man darauf schließen können, dass der Würfel gezinkt ist. So, das ist also ein Fall, der günstiger liegt als der Zufall. Und wenn also gesagt worden ist, dass jede Prophetie nur mit dem ungünstigsten Fall angenommen wird, also eben, dass es Zufall ist und alle wesentlich unwahrscheinlicheren Fälle dann in den günstigeren Bereich fallen, hat man also eine obere Schranke, sozusagen ein mathematisches Beweisverfahren, die nicht überschritten werden kann, weil zufällig, aus der Zufall kann es nun mal nicht werden. Und diese Schranke ist aber so tief und so weit unten, dass die Betrachtung dessen, was da noch unterhalb dieser Schranke ist, keine Relevanz hat. So, damit ist der Beweis zugeschlossen gewesen. Ja, und jetzt ist die Frage, was hat denn nun die sogenannte Pasta-Fahrie-Bewegung und alles so noch gemacht? Also es gibt dann auch noch eine Kirche, es gibt auch ein paar Sportbilder, zum Beispiel hier unten, das hier, da steht drauf, he is boiled at for your sins. Also er wurde abgekocht aufgrund eurer Sünden. Und das ist natürlich eine Blasphemie, weil die religiösen Gefühle, die nun mal viele unter uns haben, eben damit verletzt werden. Und das war natürlich für mich eine Herausforderung, das Ding zu erschlagen, weil ich nun mal in gewisser Weise das als Sport empfinde, solche Enten zu schlachten. Und, ja, und die Geschichte mit der Pasta-Fahrie sozusagen im geordneten Ende zu führen. Es gibt zwar immer noch Leute, die sich dann darüber lustig machen und das noch ein bisschen weiter verfolgen, aber die Sache ist eigentlich mit Hilfe des Herleitungsgraben, der Vorarbeit von Prof. Dr. Gitz und der Herleitung über Offenbarung 5, wo folgende im Prinzip überlegt wurden. So, gut. Insofern gibt es also jetzt nur noch die abgewandelte Form des Pasta-Siebs, also weil wir die Religion der Pasta-Fahrie plattgeschlagen haben. Kleiner Schatz.